Ja, wir sind jetzt hier auf dem Hotelzimmer, Terrasse, der ist zwar nicht sehr groß, aber es reicht vollkommen, ja, der kupziges Kacken. Machen wir ein bisschen Durchzug hier, weil es ist schon warm, jetzt sind wir auf der Terrasse. Ja, den ersten Abend, wir sind ja heute erst angekommen. Ja, wir sind ja heute im . Ist der am Kacken? Ist der Schrank? Unser Tresor da unten. Da bin ich mal gespannt, wie die es heute Nacht hier pennen lässt. Gut, sie braucht drei Jahre zum Kacken. Sehr gut. Da ist er der Scheiße. Ich mach mal die Tür dazu. Genug hier durchgedüftet. Ja. 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 Ja.